Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Tanderstag, dem 3. November 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1267 und ich gratuliere meinem Bruder, der heute Geburtstag hat. Heute habe ich die folgenden Themen. Todoist, OneBlocker, Saugroboter, Xiaomi, Twitter, Sennheiser, Revolut, TomTom und WordPress. Ihr seht also, wir haben das eine oder andere Thema und deshalb stürze ich mich auch gleich auf die Themen. Das allererste, was ich hier jetzt heute drauf habe, ist wie gesagt Todoist und die haben endlich, endlich, endlich eine Two-Factor-Authentifizierung eingeführt. Das war auch Zeit, ich habe es schon länger gefordert oder immer wieder mal freundlich angefragt bei Todoist, wann sowas kommt. Jetzt ist es da. Wie du das bei dir aktivieren kannst, wenn du dann den Dienst nutzt. Am besten gehst du in die Shownotes auf daily.geektalk.ch oder in den Podcatcher deines Vertrauens und klickst den Link da drin an. Da steht nämlich eine kleine kurze Anleitung dazu. Und wenn du gleich dabei bist, auf dem selben Blog, das ist nämlich mein eigener, da findest du einen Testbericht zum OneBlocker. Ich bin schon seit über einem halben Jahr mit dem unterwegs, habe vorher schon vieles ausprobiert und bin sehr, sehr happy damit. Warum und was OneBlocker genau ist, das schaut euch am besten selber mal an. Und ach ja, wenn ich schon gerade dabei bin, Mr. Macintosh da draussen auf diesem Twitter, mit diesem VPN kriegst du Digitec noch ohne Probleme. Sprich, nur gelegentlich weisen sie dich darauf hin, dass du vielleicht in Deutschland bist und ob du nicht die deutsche Digitec-Seite benutzen möchtest. Ist immerhin besser als das, was dir passiert. So, weiter geht's mit einem Saugroboter. Und ihr denkt jetzt, was noch einer? Ja, da kommt noch einer daher. Nicht ein neuer von schon einer bekannten Marke, sondern eine neue Marke, die auch nicht neu ist. Die gibt es schon lange. Die haben früher mal was mit Audio, mit Blu-Ray gemacht. Dann haben sie sowas mit Smartphones probiert. Tablets haben sie neu auch im Sortiment. Und Wearables und Router auch. Ich spreche von Oppo. Die haben nämlich einen Staubsaugroboter vorgestellt. Der Smart Life N3. Leider noch nicht für den Schweizer Markt. Leider, weil extrem spannend, was der Preis anbelangt. 1.900 Yuan. Nee, nicht Schweizer Franken. Yuan, wie die Dinger heissen in China. Umgerechnet 274 Währungseinheiten. Ist für einen Staubsaugroboter, der knapp 4.000 Pascal Saugleistung auf den Boden bringt. Und mit 12.000 Vibrationen pro Minute, die den Potzlappen hinten noch her schwingt. Nicht wirklich sehr eindrücklich. Umgekehrt, das wollte ich sagen. Genau. Neues Gadget für Menschen da draussen. Mal schauen, ob das auch zu uns kommt. Auch hoffentlich kommt irgendwann mal zu uns das neue Xiaomi Dualport GAN Ladegerät. Warum? Weil es das erste ist, was dieser UFC-S Standardgeschichte entspricht. Das heisst, ich habe, glaube ich, hier auch schon mal darüber gesprochen. Oppo, Xiaomi und Vivo und Huawei legen sich ja zusammen ins Bett und machen die gleiche Ladetechnologie. Zumindest so nicht die gleiche Ladetechnologie, aber so, dass die Ladeadapter für alle Hersteller funktionieren. Das ist ja ein Ding, das bis jetzt nicht gegangen ist. Mein 100 Watt von Huawei, vom Mittelklasse-Smartphone, konnte ja das Oppo-Teil nicht laden. Und umgekehrt. Und sowieso, die Chinesen schaffen hier jetzt einen Standart, einen gemeinsamen. Und somit bin ich gespannt, ob da noch andere aufspringen werden. Die ersten zwei Ladegeräte, ein 35 Watt und ein 67 Watt Ladegerät, sind jetzt im Verkauf. Hoffentlich auch bald bei uns. Weiter geht es mit Twitter Blue. Vor kurzem, ich bin gar nicht sicher, ob ich dir schon darüber erzählt habe, wollte ja Musk 20 Dollar für den neuen Twitter-Dienst, also Twitter Blue, aufstocken von 4,99 auf 20, um eben da irgendwie den blauen Verifizierungshaken zu bekommen und die anderen Funktionen, die da mit drin ist. Neu hat Elon Musk jetzt gesagt, dass der Editier-Button für jedermann auf Twitter kommen wird. Löblich, finde ich gut. Ein Ding, was eigentlich schon lange hätte da mit drin sein sollen. Und die Signierungsgeschichte, sprich Verifizierungsgeschichte, soll 8 Dollar kosten. Das zumindest die neuesten Zahlen schmunzeln musste man, wenn man die Geschichte verfolgt hat. Wie gesagt, Musk sagte 20 Dollar. Dann kam Stephen King, der Horrorautor, Buchautor hervor und sagte, ja, aber so viel Geld habe ich nicht pro Monat für die Verifizierung und die paar Geschichten. Und dann meinte Musk so, und wie wäre es mit 8 Dollar? Mal schauen, wie sich das entwickelt. Das Ganze scheint ein bisschen wie auf einem Bazar zu sein. Aber es gibt Schwingungen und neue Bewegungen bei Twitter und das ist definitiv auch nicht unbedingt verkehrt. Weiter geht es mit einem Update für meine fast Lieblingskopfhörer, den Sennheiser Momentum True Wireless 3 In-Ear-Kopfhörer. Die haben ein neues Firmware-Update, das unter anderem Multipoint auf das Gerät bringt, das unter anderem High-Resolution-Sound-Modus bringt und noch ein paar andere Kleinigkeiten mit dazu. Auch Kleinigkeiten, die aber vielleicht gross werden können, bringt Revolut in seine App, nämlich die Möglichkeit zu chatten. Ja, man konnte jetzt schon quasi mit jemandem kommunizieren, wenn man ihm Geld schickt und so ein paar, wie heissen die Dinger, GIFs hinten nachschicken. Ja, das ging, aber neu soll man auch chatten können. Aber aufgepasst, nicht wir in der Schweiz. Es geht in der EU und in Grossbritannien. Ich bin mal gespannt, wie lange das geht, bis die Funktion auch zu uns kommt. Der Chat ist übrigens wie die Peer-to-Peer-Bezahlungen Ende zu Ende verschlüsselt, und somit sicher. Ich bin mal sehr gespannt, was Revolut hier noch so alles mit reinbringen möchte. Und dann gibt es Neuigkeiten zu TomTom. Ich mag mich noch erinnern, als es TomTom noch gut ging und sie mich jeweils einmal im Jahr in Richtung Amsterdam eingeladen haben, für die neuesten Geschichten zu zeigen. Die sind leider vorbei. Die Zeiten, auch TomTom muss, wie so viele andere, jetzt sparen. In ihrer 30-Jahre-Geschichte muss TomTom auch da zurückkrebsen und geht neu auf OpenStreetMap als Quelle für ihre Daten. Ist natürlich gut für die ganze Plattform, sprich für die Open-Source-Welt, aber natürlich auch ein Verlust für all diejenigen Dienste, die auf TomTom gesetzt haben. Ich meine, Apple Maps ist auch mal aus TomTom-Karten entstanden und auch Huawei Maps, die Alternative zu Google Maps, welche Huawei da ins Leben gerufen hat, auch die basierte, ich bin nicht mehr sicher, ob immer noch, aber basierte zu Anfang auf TomTom-Karten. Ja, eine Ära geht zu Ende. Schade, schade. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Update zu WordPress. Für all diejenigen, die Blogs da draussen betreiben oder Podcasts oder andere Seiten mit WordPress. 43% aller Webseiten, das ist ja immer wieder der Spruch, wenn es um WordPress geht, basieren ja auf WordPress und da gab es ein Update auf die 6.1. Wer also ein System hat, gerne Backup anschmeissen und nachher das Update anwerfen. Wieso? Ja, Sicherheitsfixes logischerweise. Und im 2023-Theme sind 10 verschiedene Styles verpackt, die accessibility-ready sind, sprich die Möglichkeit bieten, Menschen mit Beeinträchtigungen besser mitzulesen oder vorzulesen lassen, was auch immer sie bevorzugen. Und da kann man schon mal ein bisschen reinschnuppern. Ich werde es auf jeden Fall tun. In diesem Sinne, danke euch fürs Reinhören, euch einen schönen und vor allem erfolgreichen Start in diesen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.